Die Chipfabrik der Firma Intel war das große Leuchtturmprojekt unserer Ampelregierung, worauf man richtig, richtig stolz war. Aber jetzt gibt es leider den Super-GAU. Intel hat nämlich den Bau dieser Chipfabrik jetzt gestoppt, da die Firma komplett abstürzt. Und das ist wirklich eine Katastrophe für Olaf Scholz, da diese Chipfabrik für ihn ja der allerletzte Lichtblick für die Zukunftstechnologie in Deutschland war. Aber auch das hat die Ampelregierung versaut. Schauen wir uns diese dramatische Entscheidung von Intel mal an. Los geht's! Gestern Abend gab es eine katastrophale Meldung aus der Intel-Zentrale in Amerika. Dem Unternehmen geht es offenbar so grottenschlecht, dass jetzt ein massives Sparprogramm aufgelegt wurde. Tausende von Mitarbeitern werden entlassen und reihenweise Großprojekte werden gestoppt. So auch die Mega-Chipfabrik in Magdeburg. Die Bild-Zeitung schrieb heute Nacht, nächster Rückschlag für Standort Deutschland. Intel stoppt Bau von Mega-Chipfabrik. Tja, meine lieben Zuschauer, was soll man dazu sagen? Dieser Baustopp, der Chipfabrik, ist nicht nur ein Rückschlag für den Standort Deutschland, sondern es steht sinnbildlich für die katastrophale Arbeit der Ampelregierung. Weil die Ampel hat es geschafft, unsere ganze Wirtschaft komplett gegen die Wand zu fahren und eine Branche nach der nächsten zu zerstören. Hauptsächlich durch die selbstverschuldete Energiekrise und auch durch das Verbot von gerade jenen Technologien, die Deutschland so unglaublich erfolgreich gemacht haben. Stichwort das Verbrennerverbot. Aber das war unserer Bundesregierung egal und vor allem Olaf Scholz betonte immer, dass wir ja viel neue Technologie aufbauen und demnächst Spitzenpositionen in der Zukunftstechnologie belegen werden. Und die Chipfabrik von Intel wurde immer als Paradebeispiel für das neue Deutschland aufgeführt, wie diese Chipproduktion dann die alte Verbrenner-Technologie ersetzen wird. Die Bild-Zeitung schrieb weiter, Der Konzern hatte in Magdeburg den Bau von zunächst zwei Chipfabriken angekündigt. Dabei sollten rund 3.000 Arbeitsplätze entstehen, die Investitionen etwa 30 Milliarden Euro kosten. Der Produktionsbeginn für die kleinsten Chips der Welt war für 2027 erwartet worden. Vor einigen Wochen wurde bereits die erste Baugenehmigung erteilt. Sie war ein Vorzeigeprojekt und sollte die Wirtschaftsregion beleben. Jetzt hat der Chip-Riese Intel aber in Sachsen-Anhalt das geplante Mega-Fabrik gestoppt. Tja, aus die Maus und nix mit 3.000 neuen Arbeitsplätzen. Weil obwohl unsere Bundesregierung sogar sage und schreibe 10 Milliarden Wirtschaftsförderung in diese Chipfabrik gepumpt hat, musste Intel jetzt trotzdem die Reißleine ziehen. Tja, und warum? Nun ja, Intel geht es gelinde gesagt nicht gut. Die Firma hat massive Probleme mit den eigenen Produkten. Die Produkte sind viel zu fehleranfällig und auch viel zu teuer. Die Konkurrenz zum Beispiel von Nvidia macht es deutlich besser und deswegen ist Intel jetzt komplett abgestürzt. Die Bild ergänzt, auch Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich für die Fabrik in Sachsen-Anhalt eingesetzt. Er jubelte damals über die größte ausländische Direktinvestition in Deutschland. Ich freue mich, dass Intel bald hochmoderne Halbleiter bei uns produzieren wird. Das sind sehr gute Neuigkeiten für den Technologiestandort Deutschland. Zahlreiche Wirtschafts-Experten warten schon damals davor, Intel könne seine Pläne noch ändern. Für ein solches Vorhaben sei der Einsatz von knapp 10 Milliarden Euro Steuergeld zu hoch. Grund für den Baustopp sind die deftigen Verluste, die Intel zuletzt schlucken musste. Als Reaktion darauf legte der Konzern ein Sparprogramm auf, rund jeder sechste Mitarbeiter muss gehen. Analysten rechnen damit, dass der Konzern auch weiterhin rote Zahlen schreiben wird. Innerhalb eines Jahres halbierte sich Intels Aktienkurs zuletzt. Und hier siehst du zum Beispiel mal den Absturz der Intel-Aktie. Anfang des Jahres stand Intel noch bei 47,80 Dollar und jetzt nur noch bei 20,91 Dollar. Das ist ein Absturz von 57% in weniger als einem Jahr. Das ist mehr als die Hälfte. Und weil es Intel eben so dreckig geht, haben sie dieses massive Sparprogramm aufgelegt. Und der R&D hatte bereits Anfang August davon berichtet. Massiver Stellenabbau. Intel will fast 20.000 Arbeitsplätze streichen. Intel plant mehr als 15% seiner Arbeitskräfte zu entlassen, nachdem der Chip-Hersteller im vergangenen Quartal einen Verlust in Milliardenhöhe verbuchen musste und sich die Lage nach wie vor nicht verbesserte. Und wisst ihr, was richtig krass an der Tatsache ist? Trotz dieser miesen Zahlen und trotz der hohen Verluste bei Intel hat man trotzdem felsenfest versprochen, dass man an dem Bau der Chip-Fabrik in Deutschland festhalten würde. Nur einen Tag später, am 2.8. hatte der MDR nämlich Folgendes geschrieben. Trotz Sparprogramm, Intel hält offenbar an Fabrik in Magdeburg fest. Der Chip-Hersteller Intel hat zuletzt große Verluste gemacht und plant ein umfangreiches Sparprogramm. Weltweit sollen tausend Stellen gestrichen werden. Die Fabrik, und jetzt kommt's, die der Konzern ab 2025 in Magdeburg bauen will, ist laut Intel-Chef Bart Gelsinger aber weiterhin geplant, ohne nähere Details zu nennen. Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt zeigt sich zuversichtlich. Tja, so viel dazu. Also vor einem Monat hat Intel noch felsenfest behauptet, dass sie die Fabrik trotzdem bauen, trotz des Sparprogrammes. Und gestern Abend kamen dann die 180-Grad-Wände und doch der Baustopp der Fabrik. Also nix mit 3.000 Arbeitsplätzen und nix mit Zukunftstechnologien in Deutschland. Und die CSU hat sich ebenfalls schon zu Wort gemeldet. CSU-Politiker Markus Blume twitterte, schwerer Rückschlag für den Standort Deutschland. Er zeigt, selbst mit Milliardensubventionen kann die Ampel nicht so viel Industrie aufbauen, wie sie anderswo durch verfehlte Wirtschaftspolitik zunichte macht. Und genau so sieht's aus. Die Ampel steht komplett blank da. Nur einer freut sich über dieses Aus. Und das ist Finanzminister Lindner. Weil der kann jetzt nämlich die gesparten 10 Milliarden Subventionen in andere Steuerlöcher stopfen. Bundesfinanzminister Christian Lindner rechnet damit, dass durch den Baustopp geldfrei wird. Alle nicht für Intel benötigten Mittel müssen zur Reduzierung offener Finanzfragen im Bundeshaushalt reserviert werden. Alles andere wäre keine verantwortungsvolle Politik, schrieb er am Twitter-Nachfolger X. Na, das klingt doch super. Dann haben wir jetzt ja doch noch genug Geld für die nächsten Radwege in Peru oder irgendwelche Fake-Projekte in China. Also niemand soll behaupten können, dass die Ampel unser Steuergeld auf dem Bankkonto verrotten lässt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ver wholes TV, 2017 Was ist eigentlich nicht wertvoll? Genau, ich glaube nicht. vault nam sua gammel Untertitelung des ZDF, 2020